herzlich willkommen zur weiter youtube auf der arme und ja leute heute sind wir wieder am start und spielen rush wars the final goldmine und wir stellen uns direkt mal eine schöne goldmine hast du schon eine goldmann meine ist erst in 22 minuten fertig warum auch immer ja warum wohl weil du sie gemacht hast so also ich gucke jetzt mal was ich hier rausholen kann aus diesem erst mal die free boxes öffnen hast du schon gehört eigentlich könnte ich auch die free boxes köpfen die free boxes da müsste ich eigentlich das so wieder noch wie box ist ja habe ich schon geöffnet ich habe schon ausgezogen wie viele habe ich da von mir jetzt auf geht's ja drei stunden und ich habe einen kommander noch ich habe auch drei sterne und ich habe auch ich weiß gar nicht ob man der schaden kassiert hat ja wohl kommen box ist schon erst offen nach zwei menschen schon das erste mensch ist das erste mensch auch gestanden mit drei sternen bin ich gestartet ja wie immer so so wieder diese mega brutale armee man schaut man schaden man kann man schaden nicht zu viel ja okay tonen verlieben hat er noch dazu also warum geht das nicht dahin was soll das bis ich die soldaten dastehen habe das dauert ja schon eine halbe ewig kann man denn komm nach vorne zerstört einfach jetzt alles und noch mal rush ja wieder drei sterne und wieder mein commander behalten wie was gehst du vor ich bin schon losgegangen ich hab bitte losgegangen wieso pitcher und bei mir auch mein gott ich bin tot so wie viel tropäne hast du eigentlich inzwischen keine ahnung ich kann ja gleich gucken und wir haben nur noch 109 trofänen unterschied vielleicht ja nur noch 109 ok ja was hast du mich eingeholt brauchst du noch weitere 100 9 trofänen es geht oder wenn sie nicht dass es noch geht also was die dadurch ballen man die pitche sind so stark bei mir funktioniert diese taktik 0 mehr nicht mehr die 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 und das habe ich jetzt diesmal verloren komm jetzt ist jetzt also ein eine ich habe eine box ein stern habe ich geholt aber merkt mehr war jetzt nicht so aber dafür ist mein commander weg aber ich habe noch einen zweiten meinen hast du jetzt so jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken was wir da rausholen aus dem ganzen ding hier weil du bist dann auch fast ein silber 1 oder wieso legen die überall bomben mensch kraft aus so drei sterne und mein commander lebt noch wir einstellen ja wohl baby hast du noch nicht aber bald ich habe eine zweite box verbrauchen warum ja ja so ist das jetzt könnte es aber kritisch werden mir ebenfalls weil ich glaube das ist kein kein guter start hier so wenigstens was und hast du ja ich mache jetzt erstmal hier ja ich habe wieder drei sterne deine ernst ja und habe mein commander immer noch da ist dann du hast du schon eine dritte box jetzt ist meine dritte box offen so aber dafür bekomme ich jetzt neue karten das ist überhaupt nicht geil das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht verdient verdient wir starten jetzt erstmal so ok also auf geht's ja noch nicht nein ich habe tatsächlich nur einen einzigen stern diesmal geholt andere andere aufstellung jetzt und jetzt läuft es wieder nicht mehr so gut ja was glück dass das bei dir nicht mehr so gut ja es nie kein ninja ich finde das im ikat überhaupt nicht cool muss ich echt sagen ich kann überhaupt nicht cool wie das läuft ich kann diese reichen diese aufstellung ist ziemlich schrott soll ich habe jetzt meine letzte box was offen bei dir? du auch? na das dauert bei mir noch ein bisschen hier ja ich finde ich aber echt schade muss ich sagen vielleicht komplett was sind noch einstellen ja alles mögliche ich habe wieder drei sterne was ist die nächste die ich jetzt ist die nächste auch echt der gleich die nächste so ich habe nur noch einen einzigen du hast noch drei oder kann ich ein bisschen aufholen ist gut da kannst du leider denken draußen glaube ich nicht weiß ich nicht so 1111 weiter geht's da hat aber jemand jetzt hier ganz schön keine ahnung was das hier soll aber gut ich lasse es jetzt einfach mal laufen ja 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 die kanone dann genau ihr seid zudem nicht zwei sterne immerhin ich bin jetzt auch hier in der nächsten league silber 1 ja du bist ja schon länger da tag ich möchte meine letzte zeit ja auch noch 11 16 probieren das heißt nur noch dann passt das kann man sich kalt alles gut das ist jetzt nicht gut gelaufen ich dachte man schon wieso da bist du doch noch was soll das denn jetzt hier musst du sein ich wollte mir an den lauben schenken dass du mal denkst dass du mich aufholen kannst nicht von mir nein das finde ich irgendwie überhaupt nicht so ich krieg jetzt drei ich krieg nur einstein das sind drei das ist meine letzte box ja aber zeig du mal dass du wirklich das kann nicht sein du hast keine kies mehr das kann nicht sein du hast mich veräppelt schon wieder was soll da hat das kann doch nicht sein so ich würde sagen wenn es euch gefallen hat kann ich sagen gerne einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert unseren youtube kanal kosten ja und unsere gilde hier joint hier unserem team und teilt das nächste mal sofort und gleich wenn es wieder heißt rush wars mit mir sofort und mit dem gleich hier haut rein macht's gut bis dann und tschüss du hast mich veröffelt